so 20 sekunden haben wir noch 20 sekunden ich denke mal die ganzen skins werden hier drin bleiben wir werden nur ein paar neue dazu bekommen so der neue shop ist gleich da einmal hängt wie 049 im shop eingeben danke für die support die lieben let's go let's go let's go so schauen wir mal okay an erster stelle ist party super die skins kennen wir ja alle schon was ist und hier neu dazu kommt der skin ist dazu bekommen und weg bringen für 1500 finde ich den nicht schön würde ich mir persönlich nicht holen dann haben wir den süßen skin hier in zwei verschiedenen stilen der sieht echt nice aus heftiger skin auf jeden fall mit backlink sieht auch sehr nice aus für 1500 dann haben wir hier den roten skin das backlink sieht echt heftig aus nice auf jeden fall für 1500 was haben wir hier noch geile pegs wie hört sich die an hört sich nice an dann haben wir hier noch eine 800 ja die hört sich auch gut sieht auch sehr nice aus muss ich sagen haben wir hier eine musik kann ich leider nicht abspielen so was haben wir noch schön ist okay der ist wieder drin nichts neues auf jeden fall den haben wir letztens für 15 pick extra zu schnitzel hört sich gut an so diesen kürbiskopf in drei verschiedenen stilen halt zweimal goldbirne und einmal orange so gehen wir hier weiter eine hg hört sich spektakulär an dann haben wir noch eine lackierung hier die nicht so schön aussieht für 500 dann hexenflug ist noch drin haben wir was vergessen hier was so hemlock ist noch da neister ist genau auf jeden fall kann man sich verwandeln mit mit dem backlink nichts besonderes weiß aus aber ja hier könnt ihr euch verwandeln zu der hexe so ne der ist noch drin mal gucken was gut er soll vielleicht am morgen gehen wird morgen entfernt den kennen wir schon der hex haben wir auch schon wir haben nichts besonderes dazu bekommen haben wir dennoch bekommen der tier vier verschiedene farben sanduhr als backlink pgx dazu und herausforderung für 16 geht dann haben wir den kollegen hier für 800 was haben wir noch da sie ist wieder drin also die haben sich nichts neues einfallen lassen die scans wiederholen sich könnt ihr süßes für 500 dann halloween schritte der ist nice auf jeden fall muss ich sagen geil der ist jetzt auf jeden fall heftig das höre ich gerne und ja dann haben wir noch so ein emote passt aber zu halloween dann haben wir noch hier die lackierung die sieht gut aus die sieht echt nice aus so das war der kleine shop falls ihr noch nicht abonniert hat lassen abo da lassen leichter aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und einmal hängt die bieten 049 im shop eingeben wir geben das war's vom shop